Musik 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 Ich denke einfach, dass wir zukünftig mit unseren Produkten dem Diabetiker noch besser helfen können, mit seiner Krankheit umzugehen. Mein Beitrag bei innovativen Lösungen ist, dass ich Sachen hinterfrage. Die Firma hat sehr viel investiert in mir, Ich kann mich auf jeden Fall in der Welt arbeiten, und ich bin unterstützt von Sanofi. Ich möchte mich in eine Situation, die ich nicht in Ordnung habe, um mich zu überlegen, zu gehen über meine Kompetenzen und zu entwickeln. Ich bin stolz auf Sanofi, durch die permanent Inovation zu suchen. Diese Organisation gibt es Möglichkeiten, die Möglichkeiten gibt, die Möglichkeiten gibt. Wer hat einen Traum, kann hier kommen und versuchen, zu entwickeln. Ich war eine junge Frau, und ich war wirklich sehr engagiert. Ich habe die Krankheit, ich hatte ihre Medikamenten, und ich habe mir gesagt, dass ich nicht in Sanofi habe. Ich glaube, dass Sanofi nicht nur in der Leben hat, sondern auch, dass sie viel安慰 und haben, dass sie eine neue Hoffnung haben. Ich bin Sanofi. Ich bin Sanofi. Seit 20 Jahren dabei bin ich Sanofi. Ich bin 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 Sanofi.